Hallo wieder, selber mit der zweiten Qualität von Kali Go. Ich wollte schon nächstes mal was mit aufschreiben. So, und weiter geht's. Ja, beim letzten Mal haben wir ausgeführt. Ja, wir waren gut wie dort. Und... Was schmeckt gerade? Das lach ich ganz so früh. Ich glaube, das geht noch. Interessante Pils. Ja... Ähm... Ach Gott, haben alle erfahren gehabt, also dass wir... Ich weiß nicht, wir haben das richtig interpretiert. Wir sind jetzt wirklich, wirklich echt. Und ähm... Wollen halt irgendwie im Prinzip mehrere Dinge von erschaffen. Oder... War es so, dass wir schon in der Welt waren? Und hat... Durch uns und die Welt erweitert oder so? Ja, ähm... Auf jeden Fall hat sich das... Das so oder so immer weiter verändert. Und öfter wir immer wieder gebohrt wurden. Das ist wohl irgendwie das Prinzip von diesem Spiel. Also, das war ja da. Also, das war ja. Wie interessant. So... Was ist es dann? Das ist mein Kindheit. 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 Und das ist mein Kindheit. Und das ist mein Kindheit. Das ist mein Kindheit. Aber es ist das nicht ... Ah... Das herrschen kann ich einfach mal laufen. Aber das ist nur, ja. Okay, ich mach mal noch das Kapitel durch und schaust mal, dass ich vielleicht mein Computer So etwas ähnliches hat man vor allem auch, dass zwei Jungen mit Kreuzschwertern waren, also wir haben das Spiel Ich weiß nicht, weil das ja gar nicht gewesen hat, also sonst ist sowas ja echt richtig dran Ich bleib auch mal auf dem Weg, aber es scheint ja sowieso nicht so ein Spiel gewollt zu sein, weil du dich das ganze Weg kennst Ich mag es tatsächlich, dass es hier auch ein bisschen farnvoll ist Das ist halt komplett so gegensatz zu dem, was wir davor hatten Das ist aber wirklich eine graue und schwarze oder so Außer da stand da ein Lichthaus, äh, Leuchtturm, Lichthaus, Gott Das sieht doch schon aus Kavi Ja, das ist doch noch ein kleines Körner in der Welt I do, only I imagined this place much later, when I grew. The feelings are completely different, but the purpose is still the same. I've always been keen on good stories. I imagined myself to be a great traveler, an adventurer. Every time I did, I was one. I lived in those stories. I breathed them, and each time my imagination brought me here. Stories are your passion. That's the reason, why you, not me, keep living these lives. Stories are your way. Oh! Oh, my God. That's all, of course. Ich will gar nicht so viel sagen, weil es halt nicht super genau was früher ist. Aber wir wissen, dass die Stadt ja nicht mit psychologischer Horror da ist. Das wird sich alles noch so umkehren. Jetzt hat man das hier noch so lange wie möglich gehen müssen. Oh, war mal, wo ist denn da? Das ist doch nicht von unserem Star. Ah, er sei denn hieß, dann habe ich nur unsichtbarer 5.1. Da war sie schon. Okay. Ich dachte, er hat noch aufnehmen dürfen. Okay. 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 Okay, das habe ich gar nicht erst richtig verachtet. Ich weiß, dass die Stadt nicht so gut ist. Aber ist es denn? Ich weiß, dass die Stadt nicht so gut ist. Aber ist es denn? Hi. Es war dann, in mein Kindheit, in mein Kindheit, in all those books, when I felt the taste of fantasy, that's when each story I read, unfolded into a whole new world. When you're engrossed in a good book, while having a cup of freshly brewed coffee, it seems that time itself comes to a stop. Don't you think? What fascinates me even more, is that there were thousands of such stories. It's a very important part. Das ergibt also auch den Sinn. Diese gelben Teile, die ich als atmosphärisches Bild im Projekt hier härgedem Es ist, das sind halt eines Buchstaben. Und da Herr Rader Willle gerade selbst sagt, er hat sich vielfach ausgedacht und auch viel gelesen, ergibt das schon ein gewissen Sinn. Das hier sieht mir tatsächlich mehr nach. Also, klar das hat er gerade gesagt, diesen Traum so zu dem aus, was so seine Fantasie da gegeben hat. Aber es kann natürlich etwas negativer übergehen, was auch interessiert sein könnte. Hier, wenn ihr genau hinschaut, dass wir in diesem Tablet nur Buschdarm angereikt. Obwohl es halt schwer zu sehen ist, ob es Buschdarm oder Hals ist. Wo Glüfen sind, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Oh, da ist da überall zum... Oder ist das so geworden? Ne, es schwenkt gerade um. Ja, es ist Abend. Oh Gott, Miss Carla war so eingefallen. Ehh... Kurz kurz. Okay, kann, 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 kann. Kann weitergehen, alles in Ordnung. Ähm... Ich hatte gerade geguckt, wie die Auflösung... Ähm... Okay. Aber... Es war tatsächlich irgendwie noch nicht so wirklich eine Frage, ob das eine echte Person ist. Oder ob das aus einer Fantasie entsprungen ist. Das ist mir jetzt nicht so wirklich... Ich verstehe, was er jetzt jetzt hat so... ...aufgekommen. Das ist irgendwie natürlich gewesen. Oh... This old oak still remembers all your adventures. Why don't you have to go in the slings you used to? Look! Do you see it? It's right there in front of you. It's your palace. Your fortress. Yeah, I recognize it. I would stay here forever. I know you would. But I'm afraid it's not possible. Sorry. It's a pity we left that place behind. That's why I really felt the taste for life for the first time. Behind. Ahead. These words make little sense here, you know. But... Let's not get carried away. We need to move forward. Hm. As you say. Ah, Tua das doch. Jetzt ist es wieder flüssiger. Strange. Wahrscheinlich war da einfach nur ein Exhibit in Details oder so. Das liegt definitiv mit der Place zu Sonne. Weil ich hatte längst noch nie Probleme damit. Das ist sicher. Das ist wirklich großartig. Es ist sicher. Aber ich bin surprised, nein. Ich werde das hier. Das ist sicher. Das ist sicher. Ich bin宗To scissors. All this is your memories. You'll soon see what it's all about. This atmosphere, all the freshness and coolness in the air, it's such a familiar feeling. Freedom is the first thing that comes to mind. I like this place. The world you live in is too vain. There's too much bustle, too many thoughts and worries. And what's the point in all this? That's not how I see it. It's just that in all this swirling, you need to find the strength to swim in the right direction. You might be right. You should know better. After all, I only bring you the building blocks to extend reality. So, here we are the next one, which we can take on. Then we're going a little bit further. We have about a minute. It's really scary with all these all the cables here. I asked myself, what for a sense they have, but then I asked myself, yeah, we're in a dream. This Bull-Augen-Wall. Strange. Okay. Strange. 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 So, es würde jetzt quasi in 5 Sekunden enden, ich habe es schon mal beschertet. Und über diese blauen Fahnen, also Pflanzen und, ja, Wurzeln, das ist echt ein total interessanter Mix. Ja, aber was das alles so bedeuten hat, das war wahrscheinlich nicht auswählen, aber, ja, was du noch uns so erwartet hast, das sehen wir dann in der nächsten Folge, ich hoffe, es hat euch ein bisschen, weil das war es in der zweiten Folge von Raleigho. Einen Tag selber, bis dann.